Sony hat vor ein paar Tagen heftig abgeliefert und jetzt kommt Nintendos Antwort. Dieses Mal habe ich sogar von dem Event rechtzeitig durch Zufall mitbekommen und habe meinen Schlaf dafür geopfert. Gehen wir also auf den Kanal von Playstation und gucken uns dieses 40 Minuten Event jetzt an und schauen, ob es sich gelohnt hat, noch länger wach zu bleiben. Also, Nintendo Direct September 2021, let's go! Das Event startet mit einem DLC zu Monster Hunter Rise und ich freue mich, dass das Franchise in letzter Zeit so viel Liebe bekommt. Aber ich bin irgendwie nie wirklich warm geworden mit Monster Hunter und eine Direct mit einem DLC zu starten, ist auch ein bisschen komisch. Aber jetzt kommen wir zu meinem Jam, Mario Party. Ich habe wirklich Bock, alle meine Freundschaften mit diesem Spiel zu beenden. Es ist ein bisschen komisch, dass das Spiel nur 5 Karten hat. Ich meine, das sind alles nur geremakte Karten vom N64. Da hätte man ruhig ein paar mehr raushauen können oder siehst du das etwa anders, Mr. Ubisoft? Weiter geht's mit Anime-Kartenspiel. Ich bin hier vielleicht allein, aber meiner Meinung nach ist Yu-Gi-Oh! das einzig relevante Kartenspiel. Change my mind. Become a Hero or an absolute disaster of a human being. Disco Elysium auf der Switch. Für viele ja Game of the Year 2019 gewesen, was ich krass finde. Und rein vom Gameplay sieht es mega langweilig aus. Aber das soll ja ein ultra-deepes Rollenspiel sein, wo es glaube ich auch wirklich ums Rollenspielen geht. Weiß nicht, ob das was für mich ist, aber ich werde es safe mal ausprobieren. Vielleicht ist es ja sowas wie Hades, wo ich mir auch nicht sicher war, ob das was für mich ist. Und ja, das war etwas für mich. Gnagel. Was aber nichts für mich ist, holy shit diese Überleitung, ist Hyrule Warriors DLC. Ich habe ja in meinem Video gezeigt, wie Nintendo uns gescammt hat, aber alles in allem mochte ich das Spiel. Aber nicht so sehr, dass ich DLCs dafür will. Als nächstes haben wir Final Fantasy Kart. Das will ich nicht. Ich will Mario Kart 9 Ubisoft. Bitte Mann. Und am 5. Oktober kommt der letzte Smash-Charakter. In letzter Zeit zerberste ich meine Jungs wieder sehr oft in Ultimate. Und endlich auch mit allen DLC-Charakteren. Mit Harry gebe ich den Jungs mächtig eine auf die Fresse. Vor allem Snow Eye, weil der Junge einfach nichts kann. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wer es wird. Bitte kein Fire Emblem oder Anime, außer das ist Kakashi von Naruto. Ich will entweder Master Chief, Crash, Rayman, Haftbefehl Kratos, Son Goku, Kanye West, nochmal Sonic, Sonic, Jesus oder Michael Jordan bitte. Und hier kam die erste große Ankündigung und Überraschung. Nicht nur, dass es ein neues Kirby-Spiel gibt. Nein, es ist sogar ein 3D-Kirby. Ich glaube, das ist das allererste 3D-Kirby, oder? Ich bin nicht der große Kirby-Fan. Ich habe nur das gezockt. Aber das jetzt auf der Switch sieht sehr bunt, lebendig und spaßig aus. Ich warte da sehr gespannt drauf, was ich nicht zum Animal Crossing-Content sagen kann. Ich hatte zum Release sehr viel Spaß mit dem Game. Viel zu viel, um genau zu sein. Ich weiß auch nicht, wie ich so viele Stunden da reingepumpt habe. Aber nach so zwei Monaten hat es mich verloren. Und bisher konnte es mich auch nicht mehr zurückholen. Auch nicht mit dem Last of Us Update. So, was haben wir noch? Mario Golf, Wayne, Game of the Year, Nice. Und Star Wars KOTOR auf der Switch. Ich muss sagen, das wäre wesentlich cooler gewesen, wenn jetzt nicht ein Remake angekündigt worden wäre. Also danke, aber nein danke. Ich warte aufs Remake. Und dann kam Sterbendes Licht 2, Bleib Mensch, Wolken-Version. Und ich wollte als Vorbereitung für Teil 2 endlich mal Teil 1 nachholen. Und habe dafür dann diesen Vollidioten hier gefragt. Und wir haben angefangen, das im Koop zu zocken. Und ich muss wirklich sagen, ja, ich muss wirklich sagen, das ist gar nicht mal so gut. Ich glaube nicht. Also auch, jetzt schießt er den in den Rücken. Ein paar Sekunden später. Das sind nur 5 Vials. Ich hab's doch gesagt. Ich hab doch gesagt, er schießt so viel. Das ist so vorhersehbar. Ich weiß, Dying Light hat eine krasse Fanbase und ich will hier niemanden angreifen. Aber ich fand's echt kacke. Hoffen wir mal, dass der zweite Teil besser wird. So, Pixel-Anime-Game und Metroid Dread. Nintendo haut die Marketing-Trommel dafür hart und ich feier es. Ich werde es wahrscheinlich nicht zum Release spielen, weil ich arm bin. Aber irgendwann werde ich es spielen. Und es wird mein erstes 2D-Metroid sein. Und ich hoffe, es wird gut und verkauft sich gut. Es ist immer cool, noch anderen Stuff als Mario zu sehen. Und damit kommen wir wieder zu Mario. Mario 64, um genau zu sein. Der Nintendo Switch Online bekommt mit einem neuen Modell N64 und Sega Genesis Spiele. Ja, I see what you did there, Mr. Ubisoft. Ja, und deswegen war wohl das 3D-Bundle nur für kurze Zeit verfügbar, damit man Mario 64 jetzt wieder als Kaufgrund nehmen kann. Aber es ist cool, dass N64-Spiele jetzt kommen. Nintendo verkauft sogar die originalen Controller wieder. Die haben sogar Wireless und das ist schon ziemlich cool. Und ich hoffe, wir kommen noch bei Gamecube und Wii an. Aber mal abwarten. Nach der Ankündigung kamen ein paar Spiele, die niemanden jucken. Ein Remake von irgendeinem Game, von dem ich nie gehört habe. Also interessiert es niemanden auf diesem Planeten, weil ich der Mittelpunkt der Erde bin. Und Undertale 2. Ich muss zugeben, das habe ich den ersten Teil jetzt auch noch nicht gezockt. Aber es steht auf meiner Liste und Miyamoto ist da. Mit der Ankündigung für den Mario-Animationsfilm, der nächstes Jahr kommen soll, wusste man das? Warum wusste ich das nicht? Chris Pratt ist Mario, Jack Black Bowser, Keegan-Michael Key Toad und Seth Rogen Donkey Kong. Wird besser als Pulp Fiction und Inception. Safe call. Dann kam noch ein Trailer zu Splatoon 3. Ja, kann ich nicht viel zu sagen. Aber die letzte Ankündigung ist nochmal ein Banger. Banger Nachdem Bayonetta 3 2017 bei den Game Awards angekündigt wurde, wurde, hat man nie wieder was davon gehört. Platinum Games meinte zwar die ganze Zeit, dass die Entwicklung gut vorangeht, aber warum hat man da nichts gesehen, Kollegen? Ich war mir ziemlich sicher, dass das Game in der Entwicklungshölle ist, aber da ist es und es sieht gut aus. Jetzt muss ich wirklich den zweiten Teil noch nachholen und dann geht's los, Mann. Und das war die Direct und das war ziemlich gut. War zu erwarten, dass wir kein neues 3D Mario sehen werden oder was zu Wild of the Breath 2, aber das ist okay. Aber die Frage ist, wer ist denn jetzt der Sieger von alledem? Final Fantasy Card GG . . . . . .